Also, ist das was für euch, Orgasmen mit Instrumenten darstellen? Weil ganz ehrlich, Thorsten, mir wurde gesagt, wie sagt man, wie sagt man nochmal, anderes Wort für Saxofon, Rotzkanne. Du spielst die Rotz, so heißt Saxofon auf schlau, Rotzkanne, also du hast das dickste Ding in den Händen. Kannst du, bitte, kannst du auch einfach, kannst du was, weiblicher Orgasmus, wie würde der sich für dich darstellen? Ja, ja, ja. Schleimer, Schleimer, so kennen wir das alle von zu Hause. Männlicher Orgasmus, was hast du da anzubieten? Ja, so sind wir.